Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Klimaschutzgesetz. Im Februar 2019 hat das Bundesumweltministerium bzw. Bundesumweltministerin Svenja Schulze einen 62-seitigen Referentenentwurf für ein Klimaschutzgesetz an das Bundeskanzleramt geschickt. Dieser Entwurf baut auf bekannten Zielen auf, zum Beispiel auf dem Pariser Klimaabkommen. So wird hier festgeschrieben, dass die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2050 um 95% gegenüber 1990 reduziert werden sollen. Darüber hinaus gibt es für jede Dekade Zwischenziele, die also für praktisch jedes Jahrzehnt auch erreicht werden müssen. Der Gesetzesentwurf schlägt außerdem vor, dass die Klimaziele im Nachhinein nicht mehr verringert werden können, sondern nur noch nach oben korrigiert werden können, also nur noch intensiver werden sollen. Die erwähnten Zwischenziele für jedes Jahrzehnt werden dann nochmal durch jeweilige Maßnahmenprogramme unterteilt, sodass hier regelmäßig ganz konkrete Maßnahmenpakete und insbesondere Sofortmaßnahmen, sollte die Zielerreichung etwas knapper werden, festgelegt werden müssen. Der Gesetzesentwurf schlägt außerdem vor, dass jedes Ministerium für den Klimaschutz in seinem eigenen Ressort zuständig ist. Das würde bedeuten, dass zum Beispiel das Bundesverkehrsministerium eigene Maßnahmenpakete für den Verkehrssektor festlegen müsste und das Wirtschaftsministerium für die Energiewirtschaft, das Landwirtschaftsministerium für die Landwirtschaft und so weiter. Zur Unterstützung der jeweiligen Zuständigen soll ein unabhängiges Sachverständigengremium berufen werden. Dieses würde aus verschiedenen Experten und Wissenschaftlern bestehen, die sich vor allem mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie der Energiewirtschaft beschäftigen. Zur Durchsetzung der Klimaziele soll das Umweltbundesamt dafür zuständig sein, alle notwendigen Daten zu erheben. Das würde bedeuten, dass alle Behörden und Unternehmen diese Daten an das Umweltbundesamt zur Verfügung stellen müssten und sollte man das nicht tun, dann ist das tatsächlich auch eine Geldbuße bewährte Ordnungswidrigkeit. Im Referentenentwurf für das Klimaschutzgesetz wird überdies festgelegt, dass es Klimaziele jeweils für die wichtigsten Wirtschaftssektoren gibt und dort auch jeweils eigene Zwischenziele festgelegt werden müssen. Die konkrete Unterteilung findet man in der Anlage 1 und Anlage 2 des Referentenentwurfs. Diese wichtigsten Wirtschaftssektoren unterteilen sich folgendermaßen. Einerseits die Energiewirtschaft, andererseits der Industriesektor inklusive des verarbeitenden Gewerbes und der Bauwirtschaft. Darüber hinaus der Gebäudesektor inklusive des Handels und der Behörden. Ein weiterer Sektor ist der Verkehr, darüber hinaus die Landwirtschaft, die Abfallwirtschaft, die Landnutzung und Forstwirtschaft und alle sonstigen Bereiche. Hier soll die öffentliche Hand, also alle Behörden, eine besondere Vorbildrolle einnehmen und bis zum Jahr 2030 komplett klimaneutral werden. Ein guter Start dafür sind zum Beispiel Energieeffizienzmaßnahmen in den Gebäuden. So ein Klimaschutzgesetz ist kein komplett neues Thema. In Deutschland gibt es bereits in fast der Hälfte aller Bundesländer eigene Klimaschutzgesetze. So haben Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg jeweils schon im Jahr 2013 ein eigenes Klimaschutzgesetz verabschiedet. Rheinland-Pfalz zog dann bereits 2014 nach, Bremen 2015, im folgenden Jahr Berlin, Schleswig-Holstein dann 2017 und Ende 2018 hat es auch Thüringen noch geschafft, ein eigenes Klimaschutzgesetz zu verabschieden. Die aktuelle Stimmung, sowohl in der Bevölkerung als auch der Wirtschaft, als auch in der Politik, deutet für mich an, dass ein Klimaschutzgesetz definitiv kommen wird. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wird es nun ausgerechnet dieser Entwurf von Svenja Schulze und dem Bundesumweltministerium sein, der auch für ein Klimaschutzgesetz angewendet wird? Tatsächlich sind gerade die Koalitionspartner, also die CDU-Vertreter, nicht so unglaublich über diesen geradezu Alleingang erfreut. Aber da mittlerweile ja sogar eine CO2-Steuer ernsthaft diskutiert wird, dass die Grüne Null mittlerweile auch in der Union ernsthaft diskutiert wird, und da wir allgemein starke Aktivitäten rund um den Klimaschutz haben, gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich noch 2019 ein Klimaschutzgesetz in Deutschland bekommen werden. Was ist eure Meinung dazu? Oder habt ihr irgendwelche Fragen? Dann schreibt ihr einfach in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann geht bitte einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal bei Energiekram. Mein Name ist Carsten Eckert.